VTF, Digger hat GTA 6 Beta GTA 6? Das ist ein Hacker! Das ist ein Hacker! Wala doch! Geh auf sein Profil! Alles ist weiß! Geh auf sein Profil, alles ist weiß! Das ist ein Hacker! Oder GTA 6, du zockst, du gehst ja weg, sagst du das? Ey Bruder, ich will meinen Account bitte haben. Lass ihn bitte. Kannst du eure Leute so abfacken? Junge, scheiß drauf, Junge. Ich kann uns ficken. Woher kennst du den? Ich hab den bei TikTok gesehen. Was? Was geht hier aus 6 Beta? Ey, bist du ein Hacker vielleicht? Schaut was verspült, Bruder. Schaut was verspült, Bruder. WTF, Junge, was ist denn hier los? Wie hast denn das gemacht? Mhm, klar, genau. Was soll in Beta ist geliebt worden? Bist du behindert? Grand Theft Auto 6 Beta? Du Hacker! Band den, band den, meldet den! Alter, was ist mit seinem Profil los? Geh mal auf sein Profil, alles weiß! Bruder, was hast du gemacht? Also ich weiß nicht, wie du es hingekriegt hast, aber du hast es für jetzt einen ausgetrickst. Ich geh da lieber nicht drauf, ne ne, ich hab Angst. Du bist ein Hacker! Was ist für ein Hack! Was ist für ein Hack! Ne, was ist das so gemacht? Du bist ein Hacker! Was macht er nicht? Ich geh da lieber nicht drauf, ne ne, ich hab Angst! Ich hab keine Frau, ne? Ich hab keine Frau, ne? Hallo! Ich bin zu hohes Risiko! Ich mach das aber nicht! Warum schon mit dir B ist wie ein Hack? kann ich mitspielen? ja, ja, du dran digga, ich geh auf den Profil nicht digga, der hackt da nur so ja, ist halt so ich trau mich nicht auf den Profil ähhh was ist mit dem? komm raus, bei dem steht der ist viel hackt digga, ich kenn den digga, das hackt da ich hab den mal hinterbestimmt wir haben hier so einen komischen typen gerade in der Party guck mal was da steht, da steht P4 da steht P4 hackt einfach hä, was wollt ihr denn? hier, mein Profil ist white, P4 hackt hey, guck mal, wenn du auf dein Profil gehst hallo mein Profil ist white kick den, kick den, kick den rock und king, kick den wem den mag go find white nein, nein, da wird kein Hexen, ja, Hallerloch hat gesagt, ich vertrau dem wie mein alter, was ist denn da falsch gelaufen? Wihihi Hehehe 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 du bist der beste einsattig Ach Dicke, ich hab die Scheiß schon auf Tiktok gesehen. Wo ist ein Hacker drin? Nein, da ist ein Hacker drin. Hier für dich, Dicke. Nein, da ist ein Hacker drin, da ist ein Hacker, wirklich, ohne Spaß. Ey Wallah, da ist ein Hacker, der spielt gerade in der Autohäfte. Hier gibt es einen Account drauf, da kann euch nichts passieren. Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. What the fuck?